Es ist Bergfest, der 12. Dezember und nur noch 12 Tage bis Weihnachten. Freut ihr euch auch schon so? Ich kann es kaum erwarten. Ja, da muss ich doch mal sehen, was die Playmobil-Familie so hat, während die immer noch im Koma liegen und Vater noch feiert. Er feiert schon mal vor. Och, das wird ja sicherlich gut mit den Katzen funktionieren. Ein Hundchen, super. Das ist bestimmt der Welpe, den sich die Tochter gewünscht hat und der dann spätestens an Silvester in der Autobahn ausgesetzt wird. Aber wer bin ich schon? Wunderschön. Kitty, hau mal ab, der aus deinem... Ja, komm. Und hier noch einen Napf dazu. Ist sowieso das Wichtigste. Liegt ja schon, der spielt sowieso nur rum. Er schläft bestimmt gleich ein, wie wir das so tun. Minions! Hä? Nicht du. Kalender, Moment. Nummer 12. Sag bloß, Nummer 12 fehlt. Nein, Nummer 12 ist hier. Fetzig. Oh, gut. Habe ich mich gestern noch darüber beschwert, dass keine Minions drin waren? Ich lasse den so. Der sieht gut aus. Der sieht genauso, wie er ist. Ach, Bob, du kriegst, glaube ich, einen Gefährten. Einen sehr langen Gefährten, wenn ich das richtig sehe. Oh nein, das sind wieder diese Arme. Oh, bitte. Ich mach mal einen Jumpcut. Da ist er. Das ist wohl Kevin. War ein bisschen frickelig, zusammenzubauen, aber das war beim ersten Mal ja auch schon so. Immerhin haben wir mal wieder ein neues Minion, was in einem Minions Adventskalender irgendwie dazugehört. Nicht wahr? Mega-Blocks? Oh. Kevin, triff Bob. Und fall nicht nach hinten über, denn du stehst überhaupt nicht gut. Hello. Ja, wunderbar. Dann sauft mal schön weiter, Kumpels. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.